hey 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 ihr lieben liebe kanasseure und alle die mit haft zu tun haben oder auch noch nicht ja es brechen wohl jetzt ganz andere oder großartige zeiten an möchte ich behaupten auch wenn alles nur kleine schritte sind aber ich finde es hervorragend also willkommen zu den kanadios aus dem märz österreich in gefritz an der wild wurde von der polizei cannabis anlage ausgehoben die ein straßenwert von über 450.000 euro hatte im herbst 2023 begann schon die ermittlung nachdem polizei bedienstete bei einer amtshandlung cannabis geruch bemerken ein 40 jähriger serbe wurde als betreiber identifiziert und in wien dann festgenommen ein weiterer 41 jähriger serbe wurde ebenfalls festgenommen die anlage soll zwischen märz und november betrieben worden sein wobei die pflanzen mindestens zweimal geerntet und verkauft wurden ja zudem wurde illegal strom für die aufzucht abgezweigt die verdächtigen befinden sich in untersuchungshaft während nach einem weiteren 29 jährigen beteiligten gefahndet wird zum zoll in österreich der österreichische zoll verzeichnete 2023 einnahmen von etwa 8,1 milliarden euro besonders hervorzuheben ist der anstieg im sucht gift sektor um 24 prozent wobei insbesondere cannabis auffällt mit 112 kilogramm stellt es den größten teil der insgesamt beschlagnahm 217 kilogramm drogen da also der zoll konnte zudem bedeutsame mengen anderer drogen und unerlaubter waren wie medikamente tabakprodukte sicherstellen bemerkenswert sind auch die aufgriffe geschmuggler tiere bei denen vor allem heimtiere und pelotearten betroffen waren die gesamtangaben sind um sieben prozent gestiegen mit insgesamt 310 durchgeführten kontrollen angst vor deutschland und tschechien in tschechien gibt es pläne zur liberalisierung von cannabis die noch 2024 umgesetzt werden sollen als reaktion darauf haben sich die vertreter von övp und ober und niederösterreich in linz getroffen und ihre absicht bekräftigt gemeinsam gegen diese pläne vorzugehen sie argumentieren dass eine legalisierung negative folgen für die jugend die gesundheit die sicherheit und straßenverkehr für österreichischen glanzgebiete haben könnte sie fordern die grünen minister für justiz gesundheit und verkehr auf auf eu-ebene und liberaler ebene zum schutz österreich gegen die liberalisierungs pläne tschechiens vorzugehen weiter verstärken österreich die behörden die maßnahmen gegen drogenlenker und schmuggler in den grenzgebieten als reaktion auf die cannabis legalisierung im benachbarten deutschland die österreichischen grenzregionen bereiten sich mit intensivierten kontrollen und einer anschaffung neuer drogenschnelltester vor diese geräte sollen präziser den grad der beeinträchtigung durch drogenkonsum feststellen insbesondere im grenzbezirk scherling wird zusätzlich personal für die kontrollen eingesetzt die maßnahmen erfolgen in abstimmung mit den bundesländern entlang der deutschen grenze trotz der zunahme von drogenlenkern in den letzten jahren und der befürchtung weiterer anstiege bleibt die strategie des innenministeriums bezüglich eines bundesweiten vorgehens noch unbestimmt ja in tirol wurde ein bulgarischer lkw fahrer mit rund 120 kilo cannabis erwischt dass er unter tausenden rollen klopapier versteckt hatte der 47 jährige laut polizei und bulgarischer nachrichtenagentur bta teil eines internationalen drogenhändler rings die drogen hatten einen straßenverkaufswert von etwa eine million euro nach hinweisen wurde der lkw auf einem parkplatz durchsucht und der fahrer festgenommen weitere ringmitglieder wurden in spanien und bulgarien verhaftet wo razzien bargeld kommunikationsgeräte und illegale munition zutage förderten ja und jetzt natürlich eine meldung aus deutschland cannabis ist legal das ja das cannabis gesetz wurde heute offiziell von manuela schleswig unterzeichnet da der bundespräsident im urlaub ist es gibt also keine verfassungsrechtlichen bedenken ab montag ist sozusagen das kiffen in deutschland legal bis zu 25 gramm für erwachsene zum mitführen und bis zu 50 gramm lagerung zu hause sowie drei pflanzen zum anbau sind dann erlaubt cannabis clubs können ab dem ersten juli öffnen ca das 50 seitige gesetz kann im bundesgesetzblatt eingesehen werden der bundesrat hat das gesetz zur teil legalisierung von cannabis gebilligt womit konsum besitz und anbau in begrenzter menge ab dem ersten april erlaubt sein werden bayern baden württemberg brandenburg und das saarland stimmten für weitere verhandlungen fanden jedoch keine mehrheit die ampelkoalition sieht darin einen wendepunkt in der drogenpolitik bundesgesundheitsminister karl lauterbach und besonders bundesjustizminister marco buschmann begrüßen die entscheidung und betonen die notwendigkeit einer neuen drogenpolitik kritische stimmen kommen jedoch aus den reihen der spd und von uns geführten ländern die das gesetz als voreilig und überarbeitungsbedürftig kritisieren erwachsen dürfen auf jeden fall bis zu 25 gramm cannabis für den eigenbedarf besitzen und zu hause bis zu 50 gramm lagern die eigenen bau von bis zu drei pflanzen wird erlaubt sein ab juli sollen auch cannabis clubs eröffnet werden wobei der öffentliche konsum eingeschränkt bleibt und für minderjährige natürlich verboten bleibt genauere details dazu bekommt ihr in gesonderten sendungen bei uns ja auch noch eine meldung aus bayern denn in bayern wird die legalisierung noch nicht so hingenommen in aschheim bayern formiert sich widerstand gegen die eröffnung eines cannabis clubs in deutschland oder sollte man besser sagen in bayern der grüner des clubs wenzel zerverni der bereits einen handfladen betreibt möchte auch cannabis anbauen dies löst beim bürgermeister besorgnis aus denn der befürchtet dass die gemeinde dadurch negativ beeinflusst wird als reaktion hat die gemeinde schneller einen kinderspielplatz näher dem geplanten anbauort errichtet da laut gesetz cannabis anbau vereinigungen nicht in der nähe von kindereinrichtungen erlaubt sind die gemeinde will vermeiden dass eine drogenszene entsteht und ihre planungshoheit eingeschränkt wird es wird eine spezielle kontrolleinheit vorbereitet die sich ausschließlich mit der überprüfung der cannabis clubs beschäftigen soll um sicherzustellen dass diese dem strengen bayerischen anforderungen entsprechen insbesondere in bezug auf gesundheits- und jugendschutz vor der eröffnung neuer clubs sollen die verantwortlichen intensiv geprüft werden die behörden legen großen wert auf die zuverlässigkeit der clubbetreiber und die einhaltung der gesetzlichen vorschriften darunter auch die räumlichkeiten und die qualität der cannabis produkte also die kontrollen sollen regelmäßig und umfassend erfolgen einschließlich der überprüfung des thc gehalts und der schadstoffbelastung der angebotenen produkte die csu setzt sich für ein bundesweites abwasser monitoring ein um veränderungen im cannabis konsum verhalten nach dessen geplanter legalisierung zu verfolgen ziel ist es deutschland vor einem anstieg des drogenkonsums zu schützen und den missbrauch zu kontrollieren die bayerische polizei erhält anweisungen sämtliche verstöße im zusammenhang mit cannabis strikt zu folgen und brustgelder zu verhängen besonders bei vergehen die minderjährige betreffen oder den straßenverkehr die grünen haben verbände und clubverbände kritisieren die strikte haltung bayerns und fordern eine überarbeitung der als veraltet angesehenen drogenpolitik der csu sie betonen dass bundesweite gesetze vorrang vor landesgesetzen haben und dass die bisherigen verbote nicht zur verringerung des cannabis konsums geführt haben nur noch eine meldung aus kanada in kanada hat der legale cannabis verkauf erstmals höhere steuereinnahmen als der verkauf von bier und wein erbracht im geschäftsjahr 22 23 wurden nahezu 900 millionen kanadische dollar durch cannabis generiert verglichen mit 887 millionen dollar aus bier und wein dieser erfolg hat diskussion über eine anpassung der cannabis verbrauchsteuer angeregt mit vorschlägen sie auf zehn prozent des transaktionswerts zu beschränken die cannabis industrie und unternehmen begrüßen diese entwicklung da sie eine nachhaltige finanzielle gesundheit der branche unterstützen könnte trotz der positiven nachrichten für die branche zeigte sich nur ein leichter anstieg der aktienwerte im vorbörslichen handel usa das usa landwirtschaftsministerium usda hat eine genetisch modifizierte sorte namens bettschall g entwickelt von der universität winconsens für den anbau in den usa freigegeben das besondere diese sorte produziert kein thc oder cbd sondern weist höhere werte des cannabiniens cbg auf die usda behörde office hat bestätigt dass diese fünf andere genetisch veränderte pflanzenarten keine erhöhten risiken gegenüber herkömmlichen pflanzen darstellen und daher nicht unter die strengen gmo regulierung fallen diese entwicklung könnte us bauern helfen sich besser die gesetzlichen thc grenzwerte anzupassen und somit den ausschluss von hanfernten zu reduzieren gleichzeitig setzt sich das usda für eine verstärkte zusammenarbeit mit hanfproduzenten ein und hat ein forschungsleitfaden sowie neue richtlinien zur unterscheidung zwischen hanf und mariana veröffentlicht ja und zuletzt noch eine meldung aus dem weißen haus us-vizepräsidentin camilla harris erklärt im weißen haus dass niemand für das rauchen von gras ins gefängnis gehen sollte dies äußerte sie während eines treffens mit dem rapper fat joe den und anderen die wegen marianna verurteilungen gnädigt wurden harris betonte dass viele menschen wegen einfachen marianabesitzes zu unrecht im gefängnis sind und forderte eine neuordnung der drogenklassifikation wobei marianna derzeit mit einer stufe wie heroin steht sie sprach sich für eine herabstufung von marianna zu einer weniger gefährlichen droge aus fast 40 us-bundesstaaten haben den marianakonsum inzwischen legalisiert aber auf bundesebene bleibt er illegal harris führte gespräch mit mehreren politischen und gesellschaftlichen vertretern über das thema ja wir freuen uns auf jeden fall schon auf den ersten vierten und die eröffnung von clubs welche wohl im juni stattfinden und am 20 vierten soll es wohl auch in berlin eine legalisierungsparty geben habe ich gehört also bleibt dran auch bei anderen news und wir sehen uns wartet mal kurz ich hab mir gerade was zugeschrien und zwar das bundesgesundheitsministerium eine expertenkommission im kontext des kann gs bis ende märz einen vorschlag für einen neuen THC-Wert für autofahrer vorgelegt um die auswirkungen des konsums von cannabis zu regulieren und der heute präsentierte vorschlag sieht vor dass sie ein grenzwert von 3,5 nanogramm blutserum vor also das stellt eine signifikante anhebung gegenüber dem aktuellen grenzwert von einem nanogramm THC blutserum da auch wenn das für viele immer noch nicht ausreichend ist also da muss man schon glaube ich fast zwei wochen nicht geraucht haben wenn man viel konsumiert bin ich jetzt der überzeugung aber ich kann mich auch irren ja mit der anpassung des grenzwertes soll die sichere teilnahme am straßenverfahren für konsumenten gewährleistet werden ist aber allerdings erstmal noch eine empfehlung und noch kein gesetz in diesem sinne bleibt legal wir sehen uns